Musik Ach, wenn kein Mann im Haus ist, kann man doch mal so ungestört sauber machen. Und Paps bekommt ja von den Reinigungsmitteln auch immer Heuschnupfen. Hier ist heißes Wasser. Ein Indianerüberfall! Sehr unwahrscheinlich. Wir haben ja abnehmenden Mund. Adlerschatten ist neuerdings Hilfsbriefträger bei der Post, wisst ihr? Danke, lieber Adlerschatten! Dankeschön! Von Großvater. Liebe Effi, habe unser Vieh gut verkauft und werde morgen im Laufe des Tages eintreffen in Liebe Endro. Das hat er gestern abgeschickt. Dann kommt er heute Mittag mit der Postkutsche an. Hoffentlich passiert ihm nichts. Es soll nämlich heutzutage sehr gefährlich unterwegs sein. Ach was, doch nicht hier bei uns in diesem friedlichen Gebiet. Nanu, der Leichenbestatter, was will der denn bei uns? Darf ich Ihnen mein aufrichtiges Beileid wünschen? Sehr aufmerksam von Ihnen, Mr. Loomis. Aber ich glaube, Sie haben sich in der Hausnummer geirrt. Natürlich, was denn sonst? Von uns ist niemand gestorben. Wir leben noch alle. Bitte. Winfried und Andrew Hanks. Was soll was? Here's the legend about the Hanks in pistols and petticoats. Henry ate up the fire of guns with one hand's milk in the goats. And hit a coyote on the run in pistols and petticoats. The story goes that Grandma was best at shootin' buttons off a rustler's vest. Shootin' buttons off a rustler's vest. Vampire kept his gun in trim. Nobody messed around with him. Nobody messed around with him. Chasin' bandits to them was fun. From Crisco to Terre Haute. Every gun in the West would run from pistols and petticoats. That's the legend about the Hanks. Just the way she was wrote. They kept busy protectin' banks in pistols and petticoats. Aber Liebling, deinem Großvater geht es doch prächtig. Ja, das stimmt. Er hat seine Belohnung gehalten. Ein guter Mensch hat im Jenseits nichts zu befürchten. Ich ahnte ja, dass Indianer oder Viehdiebe ihn umbringen würden. Aber was, dein Großvater erwischt niemand so leicht. Er ist munter und videl. Wir haben gerade einen Brief von ihm erhalten. Ja, ja, ich verstehe. Der große Abschied kann manchmal in Sekunden kommen. Das ist das Unbegreifliche an unserem Schicksal. Besonders, wenn es nichts zu begreifen gibt. Ich darf mich verabschieden und wiederkommen, wenn man die sterbliche Hülle bringt. Bitte noch einen Augenblick. Eine Frage, Mr. Loomis. Wer hat diesen Kranz geschickt? Bestelle hiermit für den heimgegangenen Farmer Andrew Hanks einen Kranz. Orville Snipe, Vigita Candace. Orville Snipe, um Himmels Willen. Mr. Loomis, bitte nehmen Sie diesen unglückseligen Kranz und steigen Sie in Ihre Kutsche. Fahren Sie weg und lassen Sie sich hier nie mehr sehen. Ja, aber... Nein, bitte stellen Sie keine langen Fragen. Schnell, verschwinden Sie und erwähnen Sie meinem Mann gegenüber kein einziges Wort von der Geschichte. Schweigen Sie, Mr. Loomis. Aber ich bitte Sie, ich pflege niemals, mit meinen Kunden zu reden. Sag mal, Großmutter, was hat denn das alles zu bedeuten? Da ist doch irgendwas, was du Papps verschweigst. Und uns auch. Manche Dinge bleiben eben besser ungesagt. Großmutter, wer ist Orville Snipe? Mein Kind. Großmutter war ein Leben lang offen und wahrheitsliebend. Und wenn sie jetzt ein Geheimnis hat, von dem sie meint, dass es uns nichts angeht, dann sollen wir nicht so taktlos sein und uns unbedingt einmischen. Wer ist Orville Snipe? Nun, ich glaube, früher oder später werdet ihr es ja doch erfahren, Kinder. Meine Vergangenheit verfolgt mich bis heute. Meine Sünden lassen sich nicht mehr verbergen. Orville Snipe ist mein Verehrer gewesen, bevor Großvater in mein Leben trat. Aber Orville konnte nicht von mir lassen, der arme Mensch. Er hat Großpapa niemals gesehen und Großpapa ihn auch nicht. Doch seitdem ich verheiratet bin, habe ich Briefe von ihm bekommen. Briefe, Briefe. Mit der Regelmäßigkeit eines Uhrwerks. Genau alle fünf Jahre ein. Großmutter, du stehst also im Briefwechsel mit einem anderen Mann? Luzi, alle fünf Jahre ein Brief, das ist nicht gerade eine glühende Romanze. Also, Mama, was schreibt er dir denn in seinen Briefen? Er schreibt eigentlich nur immer über Großpapa. Und er beginnt immer wieder mit derselben Frage in jedem Brief. Ist er schon tot? Aber Großmutter, warum will er denn bloß wissen, ob Großvater tot ist? Ach, mein Kind, weil er, falls das passieren sollte, vorhat, seine Ansprüche auf mich geltend zu machen. Und das geht nun schon 40 Jahre, Mama? Orville ist sehr feurig. Und er hat auch niemals geheiratet. Entweder muss ich es sein, meint er, oder überhaupt keine. Aber in seinem vorletzten Brief war er mir doch zu leidenschaftlich. Er hat sich erlaubt, mir viele Küsse zu schicken. Und deshalb habe ich den letzten hier, der kam, gar nicht erst aufgemacht. Aber Briefe, die man bekommt, muss man doch öffnen. Ja, du musst ihn lesen, Mama. Liebste Effi, ist er schon tot? Ich warte nach wie vor auf gute Botschaft. Letzte Nacht träumte mir, dein Mann sei von einem Bären gefressen worden. Und wir durften nun endlich heiraten, wir beide. Es war ein wunderbarer Traum. Mich düngt, er war ein Omen für die Zukunft. Wenn ich bis zum 1. Mai auf diese meine Zeilen keine Antwort von dir bekomme, so bin ich der festen Überzeugung, dass du nun endlich Witwe geworden bist. Ich werde dann Vichita sofort verlassen und bei dir am Samstag, den 18. Mai, eintreffen. In Liebe, dein Orville. Am 18.? Mama, das ist heute. Um Himmels Willen, was mache ich denn bloß? Die beiden dürfen nicht zusammentreffen. Ach, nun reg dich mal nicht so auf, Mama. Selbst wenn Orville sehr in dich verliebt ist. Er und Papa wissen sich doch zu benehmen. Sie werden vernünftig sein und sich beide aussprechen. Natürlich werden sie das. Natürlich werden sie das. Hm. Natürlich werden sie das. Harold! Sie müssen die Postkutsche, die von Vichita kommt, anhalten. Ja, sofort, Luzi. Harold, es ist ganz furchtbar dringend. Was machen Sie denn vor dem Spiegel? Ich muss hypnotisieren üben. Im Handbuch für Sheriffs steht, dass man durch Hypnose das Schießen vermeiden kann. Ich weiß jetzt, wie man es macht. Kommen Sie mal her, Miss Luzi. So, und jetzt passen Sie mal auf. Sie sind jetzt ein Bandit und ich bin der Sheriff. Aber Sie sind doch der Sheriff. Ach so, stimmt ja. Mhm. Also, wir starren uns jetzt beide an und dann werden Sie merken, wie man einen Verbrecher mit Anstarren überwältigen kann. Mhm. Okay. Fangen Sie an zu starren. Jetzt müssen Sie handeln. Was? Wieso? Sie müssen aufs Pferd steigen und die Postkutsche einhalten, die von Vichita kommt. Wozu denn? Weil in der Postkutsche Orville Snipe sitzt. Er will meine Großmutter heiraten. Er ist ein Verehrer von ihr. Tja, was wird denn Ihr Großvater dazu sagen? Orville glaubt doch, dass Großvater tot ist. Deshalb sollen Sie ihn nicht aus der Postkutsche holen und ihn warnen, sonst passiert was Schlimmes. Er und Großvater dürfen sich auf keinen Fall begegnen. Ja, da haben Sie recht, das sehe ich an. Elf Uhr. Wenn ich die Kutsche noch bei Gibsons Park erwische, dann kommt alles in beste Ordnung. Okay? Okay. Okay. Harold, Ihre Weste! Wer fliegt und zugenägt? Schnell, Sie müssen sich beeilen, Harold. Laufen Sie! Halt! Bitte entschuldigen Sie, aber ich muss Sie stoppen, Kutscher. Haben Sie zufällig einen Fahrgast namens Orville Snipe in der Postkutsche? Ich bin Orville Snipe, junger Mann. Was wünschen Sie? Äh, Verzeihung, Sir, ich bin der Sheriff von Ratchet. Ich bin hier, um Sie zu warnen. Auf Sie warten sehr viel Unannehmlichkeiten. Wieso? Ich bin unterwegs, um zu heiraten. Ja, eben, das meine ich ja. Der Mann der Frau, die Sie heiraten wollen, ist vielleicht nicht damit einverstanden. Der Mann ist gar nicht da. Ja, ja, das weiß ich, Sir. Aber er kommt zurück. Nein, junger Mann, das wird kaum möglich sein, denn der Mann ist ja tot. Hm? Von da aus, wo er sich befindet, gibt's keine Rückfahrkarte. Weiter, Kutscher, und bitte mit doppelter Geschwindigkeit. Ja, ja, die Pferde wittern den Stall. Ich, äh, habe den Kutscher gebeten, schneller zu fahren. Ich werde nämlich von einem wunderschönen Mädchen erwartet. Wir wollen heiraten. Sind Sie nicht schon ein bisschen zu alt für so ein Unternehmen? Aber wieso denn? Ich fühle mich so rüstig wie noch nie zuvor. Hä? Ich habe 40 Jahre auf diesen Tag gewartet. Aber nun hat dieser alte Töpel von Ehemann die Augen endlich für immer geschlossen. Jetzt ist die frei und bettet ihr zartes Haupt an meine Schulter. Na, hoffentlich warten Sie wenigstens so lange, bis der Leichnam kalt ist. Ich muss an mich denken, denn in meinem Alter zählt jede Minute. Da kommt es sogar auf die Sekunde an, was? Ja, wenn Sie jemals in Bezug auf Frauen und Ehen Rat haben wollen, dann kommen Sie ruhig zu mir. Das werde ich gerne tun. Vielen Dank. Bitte, bitte. Gern geschehen. Mama! Großmutter! Herr Rost, konnte Orville nicht aufhalten? Das konnte ich mir denken. Orville ist ein alter Dickkopf. Sag mal, Luzi, findest du, dass die Vase zu den Blumen passt? Mama, man muss doch verhindern, dass die beiden sich hier treffen. Du weißt doch, dass Großvater nach Hause kommt. Und du weißt doch, wie er ist, wenn er einen Viehtransport hinter sich hat. Ach, reg dich doch nicht auf. Irgendwie werden wir die Sache schon hinbiegen, mein Kind. Aber Mama, wie leichtsinnig von dir. Stell dir doch mal vor, wie das ist, wenn sich hier zwei eifersüchtige Männer im Wohnzimmer bekämpfen. Aber Kind, Großvater ist doch nicht die Bohne von eifersüchtig. Und was ist mit Orville? Für den möchte ich nicht die Hand ins Feuer legen. Na, vielleicht erschließt er Großpapa. Nein, ich glaube nicht, dass es irgendwelche Schwierigkeiten gibt. Orville ist ziemlich gut erzogen, weißt du? Er liest Bücher und gibt Flötenunterricht. Und Flötenlehrer sind bekanntlich schlechte Schützen. Da kommt jemand, wenn das nun Orville ist. Ach was, das ist dein Großvater. Orville pflegt viel leiser zu gehen. Toller Littchen ist hier, aber alles fein. Kommt der Pfarrer? Nein, der Pfarrer nicht. Aber wir erwarten einen Besuch aus Vichita. Entschuldigt mich, ich muss mir meine Haare waschen. Der Besuch aus Vichita ist wohl ein Liebhaber oder sowas ähnliches? Ach nein, Andrew, Liebhaber ist ja nun etwas übertrieben. Bitte entschuldigt mich, ich muss mir jetzt auch das Haar waschen. Was ist denn los? Wo seid ihr denn alle mit euren Köpfen gewesen, dass sie so dreckig sind? Effi, in diesem Hause ist eine Weiber verschwunden. Verschwörung im Gange, das kann man riechen. Ach, aber Andrew, es kann doch keine Verschwörung im Gange sein, wenn jemand da ist, gegen den man sich verschwören kann. Und Henrietta, Lucie und ich würden sich nie gegeneinander verschwören, wie du ja weißt. Effi, für ein weibliches Wesen bist du ziemlich gewitzt, aber ein Geheimnis kannst du keines bewahren. Da benimmst du dich wie ein neugeborenes Kalb. Also was ist los, du sagst schon. Nicht, wenn du die Stacheln aufstellst. Effi, das habe ich doch schon seit Jahren. Nicht mehr getan, das weißt du doch genau. Hm, Andrew, es ist so, wie ich dir gesagt habe. Wir erwarten heute Besuch. Einen Holzkopf aus Vichita. Einen Herrn aus Vichita, Andrew. Und der stinkt nach Lavendelwasser und Schuhpasta. Neben dem habe ich in derselben Kutsche von Sorry Water nach Ratchet gesessen. Was will denn dieser Knallkopf hier bei uns? Hm, lieber Andrew, ich muss dir leider etwas gestehen. Ja, und weil ich auf seinen letzten Brief nicht geantwortet habe, deswegen kommt Orville nun heute hierher. Es ist also nichts, worüber man sich aufregen muss. Ich reg mich auch nicht auf. Ich warte nur darauf, was er für ein Gesicht machen wird, dieser Flötenspieler. Um eines möchte ich dich bitten. Orville glaubt ja, du seist tot. Wenn er nun kommt, dann erkläre ihm das irgendwie, Andrew. Guten Tag. Verzeihung, ich suche... Nanu, was tun Sie denn hier? Ich wohne hier. Ach ja, natürlich. Sie sind sicher Effis Schwager, nicht wahr? Der Bruder Ihres verstorbenen Gemahls. Ehrtum, ich bin der verstorbene Gemahl. Das macht ja unsere Gegend so reizvoll. Hier können Sie die lebendigsten Leichen rumlaufen sehen. Seltsam, ja. Wie kommt denn das? Also wirklich, das ist mir unverständlich. Ah, herzlich willkommen, Mr. Snipe. Ich bin Henrietta Hanks. Oh, das freut mich, freut mich sehr. Aber Ihr Vater, das muss ich Ihnen sagen, ist ein rücksichtsloser Mensch. Oh. Seit 40 Jahren warte ich nun schon darauf, dass er endlich mal von einem seiner Ochsen zertrampelt wird oder vom Blitz getroffen oder durch sonst irgendwas sein Ende findet. Und jetzt, wo ich annehmen durfte, hätte sich für immer empfohlen und meine Hoffnung kurz vor der Erfüllung stand, da finde ich ihn eben bei meiner Ankunft vor. Ganz lebendig noch dazu. Was würden Sie denn an seiner Stelle machen? Nun, ich muss sagen, unter diesen Umständen würde wohl jeder ehrbare Mensch das einzig Richtige tun, nämlich sich selbst beiseite schaffen. Mr. Snipe, Ihre Art zu denken finde ich nicht nett. Das ist eine Auffassung, die mir missfällt. Das glaube ich, denn ich merke schon, Sie denken wohl nur an Ihren Vater. Aber er besitzt Ihre Mutter nun schon über 40 Jahre. Nun wäre es ja wohl richtig, wenn ich mal an die Reihe käme. Snipe, meine Antwort darauf lautet nein. Ich denke nicht daran, Ihnen, Effie, abzutreten, nachdem ich Sie nun schon so viele Jahre durchgefüttert habe. Hören Sie mal, ich bin ein sehr entschlossener Mann, Mr. Hanks. Und wenn nötig, werde ich auch bereit sein, zu kämpfen. Morgen ist Sonnabend, ein günstiger Tag. Da können wir ja von neun bis fünf Kampfstunde ansetzen. Einverstanden. Und vielleicht mag es etwas simpel sein, aber wir werden die Angelegenheit mit Revolvern bereinigen. Wer übrig bleibt, bekommt Effie. Wer übrig bleibt, bekommt so. Guten Tag. Was ist denn? Fährt Orville schon wieder weg? Ja, Mama. Oh, und ich habe ihn nicht mal zu Gesicht bekommen. Keine Bange, der kommt schon wieder. Der will um dich kämpfen. Mit Revolver? Womit denn sonst? Effer mit der Flöte? Hallo, Mr. Snipe. Ah, Sie sind es, Sheriff. Entschuldigen Sie, dass ich mich vorhin in Ihre Privatangelegenheiten gemischt habe. Aber ich wollte vermeiden, dass Sie sich mit Mr. Hanks überwerfen. Ich verstehe, Sheriff, und ich bedanke mich dafür. Gern geschehen. Darf ich Sie zu einem Bier einladen? Dafür bin ich eigentlich nicht in Stimmung, aber ein winziger Schluck wird mir wohl nicht schaden, nicht wahr? Aber natürlich nicht. Emil, bitte ein großes Bier für den Herrn. Ich könnte mir vorstellen, dass es sehr viel Mühe bereitet, in einer Stadt wie dieser hier für Ruhe und Ordnung zu sorgen. Sicher gibt es hier sehr viel raue und zweifelhafte Kerle, mit denen Sie fertig werden müssen. Ja, und ob. Vielen Dank. Der Mann, der hier rechts am Tisch sitzt, sehen Sie mal. Der heißt nicht nur Henker, der ist auch einer. Wer sich vor dem nicht vorsieht, der läuft aus Versehen ohne Kopf rum. Oh. Und der Mann dort hinten an der Bar, das ist ein ganz berüchtigter Revolverheld, der heißt Batch Portis. Sehen Sie mal den Arm an seinem Gold. Ein Revolverheld? Die Bezeichnung sagt wohl, dass er im Schießen sehr geübt ist, hm? Stimmt, er hat fast auf jedem Friedhof in dieser Gegend ein paar Empfehlungen zu liegen. So, was Sie nicht sagen. Na, dann muss er ja wirklich etwas können. Ja, aber ist denn diese Arbeit so einträglich, dass er davon leben kann? Ich meine, dieses Leute um die Ecke bringen? Seine Preise sind sogar sehr niedrig. Bei ihm macht es die Menge aus. Was nimmt er denn so? Ich meine, was verlangt er denn für eine Beseitigung? Das kommt darauf an, wie Sie es bestellen. Für gewöhnliches, ganz übliches Abknallen verlangt er 35 Dollar. Wenn es kaschiert sein soll, so mit einem Streit in der Kneipe und zerbrochenen Flaschen, kostet es 50. Und soll es ganz etwas Besonderes sein, so um 12 Uhr mittags eine Herausforderung auf der Hauptstraße, das macht 75 Dollar. Wird meist von Reichen bestellt. Was würden Sie bestellen? Ich meine, gesetzt den Fall, Sie würden jemand aus dem Weg räumen wollen. Dazu kann ich keinen Vorschlag machen, denn das ist ja alles ungesetzlich. Ach so, ja, dann natürlich. Hör mal, wenn du das Bier weiter so mit Wasser verdünnst, wirst du Ärger bekommen, Emil. Also Sir, wenn Sie irgendwelche Hilfe oder Ratschläge brauchen, wenden Sie sich ruhig an mich. Wiedersehen. Äh, Mr. Portis, ich möchte gerne etwas Geschäftliches mit Ihnen besprechen. Ich, äh, ich habe einen Auftrag für Sie, von dem ich möchte, dass er so schmerzlos wie möglich ausgeführt werden soll. Großvater, du solltest lieber nicht in die Stadt fahren. Nachher erschießt dich dieser Orwell noch. Ach, dieser Pflöktist aus Vichita hat doch in seinem Leben noch nie einen Schuss abgegeben. Selber macht er sowas nicht. Er nimmt sich höchstens jemand. Wer käme denn da in Frage, Mama? Nun, das hängt doch davon ab, wer gerade in der Stadt ist. Vor ein paar Tagen habe ich gesehen, wie Mus Geld in die Bank eingezahlt hat. Fein, dass er wieder arbeitet. Hier in der Gegend sind nämlich alle so schlapp und verweichlich, da kommen die Kolschwinger gar nicht mehr dazu, ihr tägliches Brot zu verdienen. Harold hat erzählt, dass auch Petschportis wieder in der Stadt ist. Was, Petschportis, diese Null? Dieser Saufkopf ist doch kein Revolverheld mehr. Er soll auch keine Aufträge mehr haben. Man sagt, dass er schon Annuncen aufhält. Ist auch kein Wunder. Pap, da hängt ein Kerl über dem Stad. Was? Na, den holen wir runter. Sieh aber zu, dass er in die Saugrube fällt, damit er sich nicht so schwer verletzt. Ja, ja. Da wird er sich nicht langweilen. Da ist er bei seinesgleichen. Ist Luzi schon wieder in Ohnmacht gefallen? Daran wird die Hitze schuld sein. Vorsicht, Papa, da hinten steht Muß. Er hat seine Arbeitskleidung an. Halt! Stehenbleiben, Hengs. Den hat sich Orville geheuert. Das fühle ich. Ach, die Tüte, da hätte ich ihm doch was Besseres empfohlen. Die Damen gehen beiseite. Ich habe was mit dem Halten abzumachen. Also, dann mal los, Muß. Ich habe nämlich nicht den ganzen Tag Zeit. Hast du von mir gesagt, ich wäre ein dreckiges Stinktier? Ich weiß nicht, wie oft du zu baden pflegst, aber ein Stinktier bist du auf jeden Fall. Das hat bisher noch keiner behauptet. Zieh deinen Kolt. Ach, im tiefsten Herzen ist das ein guter Junge. So, na dann leg ihn doch trocken, den süßen Bubi. Ah, guten Tag, Mr. Snipe. Ich komme zu Ihnen, um die Friedensfahne zu überbringen. Machen Sie die Tür zu, sonst kommen die Fliegen rein. Ach, mein lieber Orville, bitte komm doch herein. Guten Tag, Effie. Du siehst so bezaubernd aus wie immer. Ach, danke, Orville. Du siehst auch sehr gut aus. Ich werde Tee machen. Bitte komm näher, Orville. Nimm doch Platz. Vielen Dank. Aber ich möchte mich nicht setzen, Effie. Ich bin eigentlich nur gekommen, um Ihnen, Mr. Hengst, zu sagen, dass Sie mich für meine lange und strapaziöse Reise sehr schäbig behandelt haben. Sind Sie sich eigentlich klar darüber, was mich das alles gekostet hat? Die Postkutschengebühr von Vichita und das Hotelzimmer und die Mahlzeiten und die Hochzeitsvorbereitungen. Und der Kranz, der war ja schließlich auch nicht billig, nicht wahr? Es waren so hübsche Blumen darauf. Und die Taftschleife. Und diese Stümper, diese Revolverhelden. Was meinst du, was die für Preise von mir verlangt haben? Heutzutage ist alles teurer geworden. Ich muss offen sagen, dass ich sehr enttäuscht bin und mich sehr übervorteilt fühle, nachdem ich so viel über die westliche Gastfreundschaft gehört habe. Der Westen ist ja auch nicht mehr das, was er war, Orville. Hör auf, sonst weint er noch. Tja, das ist alles, was ich sagen wollte. Und jetzt werde ich gehen. Willst du dir nicht wenigstens eine Tasse Tee mit uns trinken? Wie? Nein, dann bekomme ich noch mehr Sodbrennen. Ja, dann leb wohl, Effi. Leb wohl, Orville. Es war sehr aufmerksam, von so weit her zu kommen und so viele Schwierigkeiten auf dich zu nehmen. Und bloß meinetwegen. Das erwärmt mir das Herz. Ja, Effi, mir geht es auch so. Hast du vielleicht auch noch einen Kuss für diese Wange? Dankeschön, Effi, danke. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, Henrietta. Es war nett, Sie kennenzulernen. Schade, dass Sie nicht noch etwas bleiben können. Wie es Ihnen ergehen wird, Mr. Hengst, ist mir egal. Aber bitte geben Sie mir auf Effi gut acht, ja? Und nehmen Sie nicht an, dass ich tot bin, bevor Sie es nicht von mir selbst erfahren. Also dann, auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, Orville. In fünf Jahren komme ich wieder. Was wäre denn nun geschehen, wenn Großmutter sich für Orville entschlossen hätte? Klarer Fall, dann hätte ich Ihre Großmutter wegen Bigamie einsperren müssen. Ach, du! Da drüben lauern Banditen im Gewüsch. 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 Da drüben lauern Banditen im Gewü reper komplmass